Willkommen in meinem Hila-Kanal heute kam ich mit Burma-Baklava-Rezept es ist ein großartiges Rezept mit dem Geschmack der knusprigen Kakerlacke, die nicht einfach zu erstaunt ist. Ich werde mich sofort vorbereiten, indem ich dich darum bitte, mein Video zum Ende zu sehen. Und ich werde dir mit wichtigen Tricks erzählen. Halbe Teebecher in einem geeigneten Knetbehälter Wasser ein Teebecher Joghurt. Joghurt muss unbedingt in der Hitze des Zimmers sein. In der gleichen Weise fügen wir unser volles flüssiges Öl einer Teetasse sofort darauf. So füge ich ein volles Ei. Auf zwei Esslöffel Essig habe ich Apfelessig auf Ihrem Haus verwendet. Die Essig Sie können es verwenden, wenn Sie haben. Dann bis ein Teelöffel Karbonat füge. Ich ein Grassalz hinzu und habe sechs Tassenmehl mit der gleichen Tee-Tasse Größe. Nach der Marke unseres Mehls, es zeigt Variabilität nach seiner Qualität eine Tasse Mehl 1. Tasse Tee Tassenmehl 2 Tasse Mehl 2 Tasse Mehl 2 Tasse Mehl. Beginnen wir kneten durch Zugabe von 3. Tasse Mehl mit Vorsicht, ich füge die Hälfte an der ersten Stelle des Mehl. Dann werde ich zum Kneter hinzufügen. Übrigens sind Sie immer noch nicht in der Lage, meinen Kanal zu abonnieren, können Sie mich unterstützen, indem Sie alle meine Videos verfolgen, um über schöne Rezepte voneinander informiert zu werden. Vergessen Sie nicht, den Rington zu öffnen, wie Sie sehen können. Ich werde das Mehl in kontrollierter Weise hinzufügen und kneten. Während der Teig steigt, mit Öl das Öl. B-Krise-Krise. Und wie Sie jetzt sehen können, die Konsistenz des Teigs begann sofort auf den Tisch zu bekommen und es ist schön. Ich knete den Prozess weiter, bis ich zu einer Konsistenz kam, wie schön ist unser Teig. Wir wenden diesen Teig so schön auf, bis ich müde bin. Ich falte und machen es eine Rolle, um die Blicke bequemer zu machen. Nachdem wir in die Rolle gesetzt, werde ich volle 12. Gleiche Teile am ersten Ankunftsort in einer legalen Weise. Dann schneide ich alle gleichmäßig in Stücke in meiner Hand. Lassen Sie uns es glatt machen, indem wir rollen, wie glatt. Wir unsere Blicke machen, schneiden wir leicht, während wir unsere Bienen öffnen. Wir tun so, dass wir es so einfach machen, es zu machen. Ich werde glatt sein, indem ich diese Bienen auf die gleiche Weise rolle, werde ich den gleichen Prozess durchführen, bis alle Bienen fertig sind. Lassen Sie uns auf alle unsere Bienen achten, die gleich sind wie ich jetzt. Gerade auf diese Weise, dann werde ich sie alle blasen. Ich habe jetzt alle meine Sehnen in einem geeigneten Tablett abgeschlossen. Ich richte unsere Blicke in meiner Hand. Ich bekomme sofort mein Tablett. Dann schalten wir oben ab und entspannen uns etwa eine halbe Stunde im Kühlschrank. Wenn Sie den Teig eine Nacht im Voraus-Joghurt auf diese Weise machen möchten, am nächsten Tag. Es wird einfacher zu öffnen, aber wenn Ihre Zeit begrenzt ist, können Sie auch innerhalb einer halben Stunde öffnen. Und ich schließe nur die Spitze, die ich so vorbereitet habe, dass ich einen sauberen Beutel oder Stoff bedecken kann, wenn du mit Stretch-Film machen willst. Gehen wir zum Prozess der Vorbereitung unseres Bösen, während wir diese Bienen hören. Drei Tassen Zucker in einem geeigneten Topf drei Tassen Brühe hinzufügen. Ich mische schön und komme sofort zum Oktob. Der Grund für das Fleisch ist, dass die kalte Baklava warm ist, ist es notwendig, die Ernte zu machen. Einer der wichtigsten Tricks, wenn Meldirken ist, notwendig Zucker, bevor es beginnt zu kochen. Wir müssen vorgekühlt werden, sonst kann unsere Baklava Zucker, wenn es bis zum nächsten Tag bleibt. Also kümmern wir uns darum, bevor Sie beginnen zu kochen, lassen Sie uns in Zucker ständig schmelzen. Ich bin erstaunt mit dem ganzen Zucker, wie ich je gesehen habe, auf diese Weise werde ich bis zum Kochen füttern. Zitronensaft, gefüllt mit einem oder zwei Esslöffel. Zitronensaft im Moment, wenn es beginnt zu kochen. Lassen Sie uns unsere Süßigkeiten kühlen, die den Zucker unseres Fleisches auf die gleiche Weise verhindern werden, und wir haben sofort unsere Blicke geöffnet. Gehen wir zum Wickelprozess, Sie hörten genug auf den Tisch. Ich bin dran und ich werde viel Stärke auf der anderen bestreuen. Es wird sehr leicht geöffnet werden, wie Sie sehen, das wir auf unseren Tüchern sicher schließen werden. Ich gerade ein wenig mit Oxlava an der ersten Stelle, dann werde ich beginnen, Wicklung. Sie können den ganzen Teig auf diese Weise öffnen, wenn Sie ihn nach vorne wickeln und nach vorne drücken möchten. Sie können nur wachsen, indem Sie nach vorne rechts, aber auch drücken die Kanten wie ich. Wenn Sie dünner sein wollen als die Kanten, die mit beiden Methoden tun können. Es gibt viel Zeit, die Sie denken, dass Sie durch Drücken öffnen können. Wie Sie aus der Stärke bestreuen können, öffne ich sofort die Baklava-Beze mit. Einem sehr einfachen Prozess. Es ist ein Funken, der in Minuten geöffnet werden kann. Wie Sie sehen, es ist nicht so schwierig, wie es aussieht. Sie können unseren Teig sehr leicht öffnen. Wenn Sie eine Erfahrung zu diesem Thema haben, wenn Sie mit mir im Kommentarbereich teilen, bin ich sehr froh, in unserem nächsten Video zu diskutieren. Wenn Sie in gleicher Weise Fragen an Ihren Verstand schreiben, werde ich sobald wie möglich an Sie zurückgegeben. Sobald Sie denken, dass Sie bleiben werden, wie ich ein wenig von der Stärke sagte, und lassen Sie es öffnen, bis wir öffnen können. Dieser Prozess reicht mir aus, wie ich sehe, dass ich schon genug geöffnet habe. Es scheint nicht, wie dünn der Tisch weiß ist, weil Sie unter der Dünne sehen, aber es war wirklich dünn. Kombination hemen Ich bin mit Hilfe von Roulette gestört und ich werde Walnuss verwenden. Wenn du Nüsse willst, kannst du Nüsse verwenden. Ich schüttete aus Walnüssen, die in der Zukunft gezogen werden. Diese Menge reicht für uns aus. I passieren den Wickelvorgang mit Eiche. Von Anfang an wickele ich es so schwer, was es zu locker wird, und ich werde richtig herauskommen. Das ganze Ereignis ist, dass I meine Ösen mit einem sehr einfachen Prozess vorbereiten. I wickeln auch die andere. Wie Sie sehen, wickele ich es so schwer, wie es zu locker ist. Ich werde darüber Bescheid wissen. A sehr einfache Bedienung Ich hole mein Tablett, wo ich fertig bin. Ich benutze Ofenschale mit 40 Zoll Durchmesser im Kopf. Dieses Tablett kommt voll für dieses Rezept. Ich habe jetzt alles vollendet. I geschmolzen alle ein Paket Margarine und wütend. Ich habe über meine Bäckereien gegossen. Sie können auch Butter verwenden, wenn sie sind. Wird mehr lecker. Seien wir immer wütend. Einer der wichtigsten Punkte der Tricks. Ich gekocht für etwa eine Stunde zehn Minuten im Ofen zuerst erhitzt. Die Öfen können variieren. Look bis zum Mädchen, wie zart. Lass uns braten, bis das goldene Gelb wie das zarte ist, das wir kennen. Ich gebe es jetzt dem Ofen. Und wie Sie jetzt meine Baklavas wie Granatapfel sehen können. Meine Ösen. Ich füge kalte Ernte hinzu. Erstaunliche Klänge kommen. Ich kann Ihnen diese Klänge nicht geben, da es die Heimatumgebung ist. Aus der Realität klingt wunderschön. Ich bin auch sehr schön. Girl auf diese Weise. Lasst uns das Böse ausgießen, das wir in der Zukunft vorbereitet haben. Ich muss in unserem kalten Lebensmittelgeschäft heiß sein. Ein komplettes Rezept, das Freunde hält. Wenn Sie anrufen, Sie werden für Sie förderfähig sein. A-Rezept. Und ich bleibe sehr zufrieden. Ein Rezept habe ich seit Jahren. Ich hoffe, du bist glücklich. Wenn Sie. Ich bin sehr froh, wenn Sie es wieder in den Kommentaren teilen. Es tut mir leid. Ich werde auf zwei Stunden hören. Ich habe genug gehört. Wenn Sie am Abend sind, können Sie vom nächsten Tag essen. Es wird auch schön sein. Ich komme sofort von der Mitte, und ich will dich genau zeigen. Die unglaublich schöne Wiese auf der Rückseite. I.M. wird Ihnen nahe zeigen. Sie war eine Backlava für Ihre Freunde. Glauben Sie mir war sehr lecker. Es ist ein unglaubliches Rezept, das knusprig ist, wie es von hier aus aussieht. Es war sehr lecker. Es kann jede Blume von Freunden sein, die hierher kommen. Ich bin sehr froh, wenn Sie über die Kommentare schreiben Sie einen Insekt haben können. Wie Sie sehen können, war es auch spektakulär. Genießen Sie Ihre Sprache mit Ihrem nächsten Video.